und Herzlich Willkommen zurück bei ETHMC heute wieder eine Runde Minecraft Together mit dem Jamca 22 Hallo und wir haben uns schon ausgerüstet ich habe mich ausgerüstet ich zu meinen Königin ist das nirgends ab hier verhalten kannst du mal steinefarben Kennzeichen es darf werden nein ich möchte sagen ist die Nahrung also war es nicht an die Idee ich gemerkt sei es wird das was er in die Idee nicht gemerkt wenn man es jetzt lang ist schon immer zu schaffen er kann an der Linie nicht gemerkt 4 da und den untersten Abbaunen mit der Spitzhacke er den über dem Block den bei den Dienstag verstören will in der ganz unten so und dafür welchen Video Upload habe ich eigentlich noch recht viel Frames komm mal hoch ich will ihm ein Schilder zeigen ich habe diese Folge nicht gesehen weil sie noch nicht hochgeladen ist zu diesem Zeitpunkt hier kommen noch nicht draufklicken klick mal hier auf Nasser okay äh I'm sorry du hast mir die falsche Gruppe gegeben nur admin ja jetzt ich bin im Neta glaube ich äh ich seh nix scheiße was in den Punkt falsch gesetzt mal gucken nö nö ich bin irgendwo am Arsch der Welt warte mal ich komm mal zu hi ja ich bin ein bisschen weiter unten glaube ich mhm doch und hier soll das Portal hin und jetzt drückt man jedoch zu Hause wenn sich verarschen er muss jetzt hochlaufen Frank Pell oder nur das wird es genauso richtig ein Löffel hier hast du den Weg nicht hochgemacht das wäre doch viel kürzer gewesen weil ich es schön haben will weil ich es schön haben will schön und geil super super jetzt hab ich mich verlaufen auf dem Weg nach oben alter ich bin richtig dumm ja sorry Leute dass ich zu dumm bin ne ah danke ich war irgendwie auf der anderen Seite vom Haus ja Entschuldigung ich glaube somit kann man aber nicht entschuldigen ne es freut sich größer als gedacht habe oder hast viel weiter gebaut noch nicht nein außer der Keller außer jeder Keller ja die hat auch nicht gehabt Netzfolge waren wir Farben mhm genau den habe ich auch hingestellt mit dem TNT creepy wo es geht du spackst hast du schon das hast du schon das Endportal gefunden drück mal drauf warte äh ja gut aber du hast es aus ich weiß nein lass ja ok ich besorg uns Obsidian nö haben wir guckst du ob ich schon mal meine Folgen ich bin ja wo du hast vor produziert bei dir ist jetzt im Moment gerade zu diesem Zeitpunkt etwas Intro Video raus glaube ich nein kommens und noch ein Zuges ich hab die schon wie viel brauchen ach nee geh noch mal ein paar Farben wir haben noch ein Stück 8 Stück reichen nicht ja ich hab die ich dort meinstatt 4 dort meinstatt 4 Stück jetzt hab ich neun Stück das ist Tasten Kombination ich hab 13 gut das reicht liegt dann nee bei mir ist der Teleportpunkt äh 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 hilf mir hilf mir ich war grad irgendwie in den Block gespawnt das war grad fail ja ist ja noch nicht fertig ja nee das liegt aber daran dass ich vorhin da gespawnt bin ach so ein wie war das 3 wo ach ich mach einfach mal genau den Kasten den ich da ausgehöhlt hab glaube ich glaubst du oder weißt du ich weiß ja nicht wie groß ich den gebaut hab wenn ich so baue wie dein Kasten kommen wir denn niemals durch ich hab jetzt mal deinen Kasten ausgehöhlt dann würde das nicht funktionieren warte weil ich mal so gebaut hab wie du es gemacht hast eigentlich baut man das anders n ich komme ganz anders du musst mir auch beim Vorzug produzieren als sei es kommen wir nicht mehr mit äh das hab ich auch auf Screen gemacht das ist das ist die Folge 16 Prozent kommst zurück ja ich wollte mich gerade auf den Weg gehen ja ich wollte mich gerade zu dir tippen so wie wir wollen wir gerade die Apicke holen hab ich hab ich ja ich komme so als ich hab das mal so gebraucht Alter du bist du wo bist du Alter ich bin durch den Boden gefallen oh fuck man soll ich das sind kleine Bugs die du beheben musst ähm ich hab's jetzt mal so gebaut wie du den Kasten gebaut hast warte ich respawn nochmal guck das keiner der IP sieht ne äh hab ich schon extra nicht diese Folge nennen wir Fail Folge Gibt's doch schon ähm und ihr könnt uns Fragen stellen unter dem Hashtag Fragetti ich schreib's mal eben frag et ja ebenso du hast aber ein lieb vergessen vorhin hä nein das war eigentlich richtig mit einem i frag et ja dann ebenso genau so genau so das zweite da genau das da genau das da unten das zweite mit einem i mit einem i entschuldigen dass es so eine Fake Folge ist da bin ich dran schuld ich bin an einem schuld Entschuldigung ich bin an einem schuld was hier passiert ich bin dran schuld dass eh die YouTuber ist ich bin dran schuld dass er sein Gehirn verkaufen wollte was Alter ich hab grad 60 FPS trotzdem Video Upload ja und ich hab grad ne Hülle gefunden ich weiß geh da raus die ist extra da weil da hinten ist das Endportal da oben ja was meinst du warum ich das hier bauen will dafür stand schon da hinten looten dann so dann mach ich gleich wieder zu hm ich sammle nur ein bisschen für Level ich will mir nämlich den Schärfer ins Eisenschwert machen hier mach mal zu hm hm ich hab ein 2 hm 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 das wird ein riesiges Imperium da oben Alter wie leckt das hier denn grad auf dem Server nein das liegt wirklich an dir ich hab gar keinen Ruckler nein weißt du woran ich sehe dass das am Server liegen muss ich hab oben die FPS Anzeige ich hab grad konstante 40 FPS und immer ungefähr ja aber das liegt dann an dir weil ich hab gar keine Ruckler ja und ich habe gerade 30 FPS und hab keinen einzigen Mikro Ruckler na das liegt ja auch im Server auch wenn man nur 5 ich geh mal oben ein bisschen looten ne aha ey darf ich die Mob Spawn abbauen nein ok wäre toll gewesen ich hab schon ich will den Missordner Farm bauen ich hab schon einen anderen gefunden hey wie willst du den abbauen Portal Gun äh der ist hier doch gar nicht drauf hast du das nicht bedacht noch nicht drauf meinst du n n ja okay das geht auch und es gibt doch Copy-Paste Befehle von Operator weißt du doch oder n n so dann bin ich sofort zurück n 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 gold n n damit du dich töten kannst. Ja, damit das genau eben nicht passiert. Alle, die kennen, die Damage-Indicators von haben, töten mich immer, wenn die das sehen. Ich glaube, viele, die ich kenne, haben Damage-Indicators. Aber das kann eben nicht doch cheaten, dass du dich TP-terst, obwohl du fast gestorben wärst? Nein, du hast doch nicht. Kannst du eine Aufnahme nachher gucken. Wenn die am 7. online ist. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Nicht, ne? Alter Scheiß, ich bin dumm. Rum. Weil ich jetzt außenrum laufen muss. Weil ich eigentlich außenrum laufen muss. Jetzt rüber zum Portal, zum Zurück nach Hause. Soll ich dir eben die Koordinaten geben? Ne, brauche ich nicht. Ich bin ja direkt gegenüber. Warte. Muss ich mir rüber bauen. Das sind die vom Spawn. Ne, die brauche ich nicht. Die pay mich nicht. Ich bin ja gleich am Schild. Ich muss mich aber darunter bauen, weißt du? Ja, am Endportal wird es auch noch so ein Schild geben. Ich hatte nur gestern nicht so viel Zeit. Da ist keins. Da ist keins. Noch nicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt extra da jetzt noch mal hingelaufen und hab mir eine Eisentüke gebrabt, die gerade runtergefallen ist. Neza. Du musst ein Neza-Potter. Du hast die Koordinaten, kannst da hin. So und wie man sieht. Ich hab FPS. Dann mach ich's halt im Ernst. Hä? What the fuck? Oh. Besser. So wird's. Jetzt muss ich den Weg zurück. Da ist Opsi. Ja, egal. Komm hoch. Hier. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ich hab keine Diapicke. Hier. So, warte. Wo geht's so? Den Gang geradeaus. Den geraden. Okay. Was ich denn da fortritten? Bloop. Dann links. Links hoch. Du bist schon richtig. Nein, du warst schon richtig. Ich meinte hier geradeaus. Ich meinte da hinten ab, links hoch. Oh. Jetzt im Ernst, ich hab dich grad eingeholt. Wie langsam bist du? Keine Ahnung. Nee, jetzt ernsthaft. Ganz im Ernst. Wie konnte ich dich jetzt einholen? See, boom. Nein, das geht so. Kaka. Kaka. Da. 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 Da kommt das. Das ist eine Red. und schütten denn deswegen weil er drunter an um Dispensers K in wo geht das alles hin John von ihm das für den Fall nicht hochgegangen ist deswegen weiß ich das alles nicht er war zwei m Sammert abgebaut so muss man das machen n das ist alles hier unten mit kleinen Schaltungen für elektrischen und für den automatischen Aster das hat mich aber auch mit Marco du musst den Kommandblock Output auf aufmachen in Ruhe Kommandblock Output auf man steht das nicht mehr im Chat PS ich hab das erst in der Singleplayer Welt gemacht ich hab mir die Welt nicht gedauern und ich hab das Endportal auch gesucht mal so mit nebenbei das ist außer sich von weil da hinten wollte ich mich ganz genau das Netherportal setzen hab dadurch das Endportal gefunden und also alles ein ein so hast du das eigentlich alles schon fertig gebaut muss es eigentlich schon noch ja nö ich hab das ja mit den Schildern und so gemacht ok was mein ach doch nicht wie bekommt man rissige Steinziegel was wie bekommt man rissige Steinziegel Prozent welche Zeit die Rissigen jetzt ja schick mal her ach warte warte ich kann es dir sofort sagen herrsteck Morholt herrsteck sucht die bitte schmelzen muss den Ofen tun ok ok es muss sie noch bei Haus Prozent was welches weiß ich habe nur noch ein Zins und die Folge ist schon ungefähr 15 Minuten lang man sie hören jetzt auch von der unternehmen nehmen noch eine auf 20 machen ich bin zwanzig Minuten reichen auch bei 30 40 Minuten vorhin kann man schon machen aber wenn die Reise in die Zeit ist ich halte Folge diesmal kaputt gegangen ne gut ja Domin Keller hier ausgehöhlt größtenteils so hier geht auch immer alles verloren nämlich meine Frage die Folge 12 wurde gesperrt und das war Skype warum wird sie gesperrt was du gemacht was hast du gemacht was wird gesperrt was du gesagt Musik also wenn ich jetzt meine Musiker machen würde es die Folge gelöscht nö weil ich ein Audio raus machen kann stimmt ich habe nur nachher die Musiker gemacht außer also weil ich nicht wusste dass ich da Copyright drauf ist ja du musst immer gucken nach Copyright das habe ich hatten voll von mir auch gehabt das sind interessant gewesen was du meinst dies alte dieses Prozent nein hier von Sparco Phoenix es darf ich kann ich gleich mal machen nach Folge ja ach so ja das hast du auch mal einen alten TS2 gemacht ich möchte die ich könnte die IP geben aber ein TS Mikro geht nicht und B doch jetzt wieder welchen Neues neues Mikro das andere sage ich jetzt nicht das geht die Zuschauer auch glaube ich nichts an was ist das was wir gerade besprochen haben n ich bin nicht gewandt noch Hechtel nach äh du weißt du hier kann das hätte jetzt nicht gesagt ne die 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 das raus das was soll ich daran machen ein piep oder so nennen nein so da 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 genau aber genau auf den Ton da 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 S da 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 Warum? Weil ich jetzt schon sehen will. Warte auf den Sechsten. Morgen kommt eine Folge und heute... Jetzt hast du auch oft private, und du gib mir Rechte drauf. Ich will das jetzt schon sehen, du böser Kerl. Äh, 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 äh. Komm, das Falt machen, das Falt machen. Warte, warte, ich will mal in was gucken. Wie viel... Hast du voll? Ja. Ey, du kannst bestimmt nur das drinnen haben. Oder? Oder nur, ich sehe, wie viel Herz du noch hast. Fick dich? Nein! Scheißen! Weh, nicht viel, du hast aber, aber du bist bestimmt low. Nö. Du hast gerade helft, 11 HP, 16. Fast voll. Warte, jetzt stopp. Ja, okay, jetzt stopp. Warte. Oh, ah. Auch mal im Regenerieren. Weiß wie fies ich jetzt sein könnte. No, das reinziehen, weil wie? Geh da hinten in deine Hecke, da mach wie so richtig Boxfight. Damit man nicht regeneriert. Warte. Von hier. Und los. Du weißt, ich bin gut im PvP. du lächst gerade, das ist scheiße. Warte, stopp, 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 stopp. Warte, du, und du kannst gleich schön, warte. Warte, du hast eine Stippe, zieh. So, dann gibt es ein, sonst. Ist das schönste Spiel machen? Echt? Da war ich nicht einsam, ich hab deine Aunt eingesammelt. Nö, ich fehle nur meine OP. Ich hab's dir gemacht. Geht nicht. Warte, mach ich eben über die Konsole. Warte, ich dämms hier hinten hin. Aber zieh dir nur die XP, ne? Ja, ich bin ja nicht Marco. Hm. Oh ja, jetzt leckt's. Es leckt, es leckt. Aber du, nicht ich. Nö, Debian. Die Debian. Ich hab ein zweites Betriebssystem. Das leckt grad. Du hast den eigenes Betriebssystem gemacht, den zum Ernst? Nein. Ich hab zwei Systeme drauf. Doch machst du das nicht einfach Slash Kill. Ich mach doch, guck. Guck jetzt in die Konsole. Kill. Oh, warte, ich schreib mal, hallo. Kommt auch nicht an, ich hab's neu joinen. Ach so. Hab ich vielleicht keine OP? Doch. Komm drauf. Hat irgendwie nicht geklappt. Ich kann über die Konsole auch nicht killen. Warte. Hä? Ja, jetzt, jetzt. Fuck, ich hab ein bisschen eingesammelt. Drop einfach. Ja, warte. Komm her. Ich bin grad am Laufen. Ach genau, ich sollt's mich auch jetzt erstmal anziehen. Ja, schnell. Mich verfolgt grad ein Skelett. Ich muss mich jetzt beeilen. Zombie? Fuck, Hexe. Aber das, das macht mir nix, denn ich bin Rocky. Und da war ein Creeper und ich bin down. Jetzt werde ich die Tode bekommen, wie sonst wer. Jetzt hab ich gleich mehr Tote wie E.T. Seht ihr gleich. Oh, smash. Ja, genau, vier Skelette auf einem Haufen, genau. Ich hab schon voll Herzen. Ich hab nur mal im Redoad gemacht. Kommst du? Ja. Ah, scheiße, ja, schnägt, Sachen, 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 Sachen. Komm hoch. Bin drin, bin drin, bin drin. Wo sind Sachen Sachen? Sachi. What the fuck, jetzt hab ich mich hierbei erschrocken. Habt man wahrscheinlich auch voll gehört. Ich hatte so ein schön sortiertes Inventar. Kannst du gleich alles wieder einsortieren, was hier ist? Nein, nein, das hab ich gefacht gehabt. Der Löwenzahn war aber von dir jetzt. Gib mir nicht auch noch deinen Müll. Du darfst einsortieren wegen dem Kill. Jetzt im Ernst? Mhm. Ich hab dich da nur getötet. Ich dachte, wir machen letztes Mal. Ich würde hochgehen. Ich hab vergessen, unten die Tür zu schließen. Egal. Raisy PvP Action. Woof. Genau, jetzt machst du genau schwer. Böse, 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 böse. Böse, böse, böse. Warte. Warte, warte, warte. Stop, stop, stop. Alter. Ja, du schlägst doch. Ja, hatte. Ich hab nämlich nichts zu essen, ich kenn mich. Ich wollte essen. Das war irgendwie doof, oder? Wieso krieg ich auch noch deinen Crap? Soll ich das? Ich hab dir grad schon gesagt einsortieren. Ich wollt grad einsortieren, aber nein. Böse, böse. Warte. Er hat gecheatet. Er hat gecheatet. Cheater. 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 Dreieinhalbherzen. Ne, zweieinhalb. Ich hätt dich aber nicht getötet, wenn du was gesagt hättest, jetzt. Warte, ich muss grad eben ne Biene töten, die von meinem Fenster ruffliegt. Einen Moment. Wir müssen eh Schluss machen. Fuck. Scheiße. Scheiße. Ihr Geist wie. Ja, Hashtag Fail-Folge. Boah. Boah. Hab sie getötet. Und ich hab ne Spinde mit dem Bogen getötet. Ja, und ich hab sie jetzt getötet. So, und dann würde ich sagen, bis... Warte, ich muss mal ein Essen haben. Sonst kann ich nicht mehr sprinten. Dann töte dich. Ich hab sie getötet. Soll ich mich mit dem Stachel stechen? Äh, ja. Komm hoch. Für's Thumbnail. Ein Tumpnall. So. Nein, das ist ein richtig hartes PvP-Thumbnail. Warte, komm mal her. Nee, das mach ich dann am PC. Nein, ähm, dass wir so blocken und das da richtig hat, die Sonne scheint. Das kannst du ja weggeschneiden. Komm mal her. Komm mal her. Nehme mich. TP dich mal. F5. Das war ein Fake. Das war ein Fake. Das war ein Fake. Warte, ich brauch mal meine Sachen. Ja. Mach doch einfach den. Warte, jetzt mal Diff aus. Ey, wollen wir gleich Mod-Pack spielen oder so? Tue ich doch schon die ganze Zeit. Ja, na, ein gutes. Oh, Alter, ich war gerade sogar am Schlagen. Ich habe eine gute Idee, wie ich mir meine Sachen wiederhole, um zu sterben. Difficulties aus Brust einfach zu unten hinlaufen. Warte. Jetzt bin ich mehr 5 Scheiße. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Wo sind meine Sachen? Ich tippe dich hin. Jetzt habe ich zwei Pfeiler eingesammelt. Hier hast du mein Game weggemacht. Ich könnte hier auch bannen. Wieso? Äh, warte, Daniel ruft an. Warte, ich muss hier mal eben schreiben. Warte, ich die Püle studiere. So, besser. Wo ist sowieso? Das war dumm. Ich falle ja jetzt ein Game-O-1 runter. Nein. Wenn du das machst. Warte, oder ich... Ja, okay, dann mal das Jump-and-Run-Skill, Lala. Wuh. Besser? Keine Ahnung. Alter! Ich habe das überlebt, das weißt du, oder? Wo warst du? Ich war... Weißt du, wo ich war? Im Nix! Jetzt hör auf. Ja, okay. Komm, wir wollten die Folge wenden. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Party. Und ciao. Und hier siehst du in Ablobanten, wo du dich kostenlos abonnieren kannst. Und das letzte Video. Schau mal heim. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.